Seid gegrüßt. Ich melde mich mal aus meiner Sommerpause. Ich habe die zwar nicht angekündigt, aber es war dann eher so eine spontane Sache. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich im Juli noch keine Videos rausgehauen habe und ja auch gar keinen Diablo 4 gerade streamen. Das lag unter anderem am Season 5 PTR, der mir so wenig Spaß gemacht hat, dass ich danach irgendwie auch keinen Bock mehr hatte, Season 4 zu starten, obwohl die sehr gut ist. Und ich habe mir überlegt, dass ich ja noch so viel Diablo 4 dieses Jahr zocken werde. Im August geht Season 5 los und im Oktober kommt es Add-on. Und dass so eine kleine Sommerpause auch mal gut tut, wo ich dann auch mal gar nicht zocke. Oder wenn ich aktuell zocke, dann mal ein bisschen Elden Ring auf meinem Twitch-Kanal. Es gibt aber ein Video, auf das ich heute reagieren möchte, von Maurice Weber. Den kennt ihr sicherlich, aber falls ihr ihn noch nicht kennt, dann lasst ein Abo da. Ich verlinke ihn und das Video unterm Kanal. Und in dem Video habe ich nämlich einen kleinen Gastauftritt, habe ich schon gesehen. Und deswegen dachte ich mir, werde ich heute einfach mal auf sein Video reagieren mit dem Titel Die lange, beschwerliche Rettung von Diablo 4. Auf geht's. Diablo 4 ist zurück, aber noch nicht so komplett. Es ist kompliziert. Season 4 hat mich zu meiner eigenen Überraschung komplett zurückgewonnen, nachdem ich Season 3 nicht mal mehr starten wollte. Da muss ich direkt mal was sagen. Das war nämlich eine der Hauptfragen, die ich hatte bei Season 4. Ob die in der Lage ist, Spieler wieder zurückzuholen, die schon bei Season 3 oder vorher ausgestiegen sind. Und Maurice war nämlich einer davon, der da ausgestiegen ist. Und er hat gerade gemeint, dass es ihn zumindest zurückgeholt hat. Und da bin ich schon mal happy, weil ich da nämlich, also das war meine These, die ich aufgestellt habe bei Season 4, dass die halt in der Lage ist, Leute wieder zurückzuholen. Entsprechend gespannt war ich auf Season 5, aber die ersten Reaktionen auf dem Testserver fielen nicht so aus, wie erhofft. So habe ich mich auch tatsächlich nach dem ersten Tag gefühlt. Aber aus anderen Gründen, das war jetzt nicht der Boss. Aber ich kann auch schon mal sagen, so ging es mir auch. Der PTR war wirklich eine Katastrophe und war einfach ein Tritt ins Gesicht für alle, die da wirklich dann testen wollten. Dabei klang das alles echt cool. Diablo 4 soll mit Season 5 eine Art Roguelite-Modus bekommen, wo wir zwischen den Räumen neue Vor- und Nachteile auswählen. Ich war in der PTR-Woche leider auf wichtiger Mission unterwegs. Ich habe auf der MagicCon in Amsterdam ganz viel Magic gespielt. Deswegen habe ich hier keine Eindrücke aus erster Hand für euch. Aber die versammelte Expertenriege... Da bin ich. Ich habe früher auch gerne Magic gespielt. Da bin ich ein bisschen neidisch auf so einer Magic-Messe. Aber jetzt spiele ich nicht mehr. Aber hier bin ich, Leute, da. Ach nee, das bin ich gar nicht. Ich bin ja wie Tablo, aber hier steht Olbativ. Also kann ich das doch nicht sein. Aber der sieht mir ziemlich ähnlich. Er war sich vernichtend einig. Du testest einen Test und der ist nur zu 50% fertig. Also das ist etwas, das würde ich nicht mal als Alpha verkaufen. Also ich stehe da lieber zwei Stunden im Keller von Kyowashat und probiere halt Sachen aus. Gut, klar, Season 4 ist natürlich besser als Season 5, wenn es darum geht, was dazu kam. Season 4 hat ja ganz, ganz, ganz viel Neues gehabt. Und Season 5 ist jetzt nur so eine Art Feinschliff von Season 4. Aber ich glaube, Rob meinte eigentlich, also falls das jetzt falsch rüberkam, ich glaube, aber er meinte eigentlich, dass der Season 5 PTR sich eben deutlich schlechter vom Zustand anfühlt als der Season 4 PTR, so in der Art. Und das ist halt auch so. Die Belohnung war halt wieder so ein Witz, wo man sich dann fragen muss, wieso braucht Blizzard da überhaupt noch Feedback von uns? Dabei war die Stimmung. Und das will ich unterstreichen, wieso braucht Blizzard Feedback überhaupt von uns bei solchen Sachen wie, wie viele Belohnungen droppen sollten aus einer Truhe oder wie stark der Boss sein sollte in dem Event? Oder welche Möglichkeiten es zur Auswahl gibt innerhalb dieses Events, um Monster stärker oder schwächer zu machen? Warum brauchen die da überhaupt unser Feedback? Blizzard sollte doch Ahnung haben, ja, von diesem Spiel, vom Entwickeln. Und die sollten doch auch mal etwas beim ersten Versuch hinbekommen. Das regt mich jetzt schon wirklich seit über einem halben Jahr auf, dass die immer und immer wieder unser Feedback bei allem brauchen anscheinend und es nie von alleine mal auf die Reihe kriegen. So, das wollte ich jetzt nochmal dazu sagen. Weiter geht's. Nach Season 4 so gut. Und der Abwertstrend schien auch gestoppt. Nun ist das bei Diablo 4 schwer an konkreten Zahlen festzumachen. Wir haben die Steam-Spielerzahlen, ja, aber nicht die viel relevanteren, weil viel größeren Battle.net-Spielerzahlen. Deswegen ziehe ich hier mal zwei andere nicht perfekte, aber doch, denke ich, aussagekräftige Metriken heran. Nämlich Google-Suchinteresse und Twitch-Zuschauerschaft. Nun sehen wir zuerst, Diablo 4 schlug zum Release ein wie eine Bombe. Auf Twitch wurde es im Release-Monat 158 Millionen Stunden geschaut. Zum Vergleich, das ist mehr als Path of Exile das ganze Jahr über. Danach ging's aber mit jeder Season runter. Was grundlegend nach so einem Hype-Release erstmal völlig normal ist. Und es ist auch normal, dass Spieler bei Action-RPGs zwischen den Seasons massiv fallen. Das ist bei Path of Exile und Last Epoch ganz genauso. Aber Season 3 bekam dann bei Diablo 4 nicht mal mehr halb so viel Interesse wie Season 2. Und auch das Google-Suchinteresse fiel nach dem absurden Start, teils unter das Level von Path of Exile. Und da... Das ist halt wirklich übel. Also Season 3 war total krank, was das betrifft. Man muss aber hier eine Sache noch dazu sagen. Ich hab ja selbst so ein Video gemacht, das hieß, Season 4 ist ein voller Erfolg. Da hab ich das vor allem mit Season 3-Stats verglichen. Man muss bei Season 2 noch dazu sagen, dass dort Twitch-Drops aktiv waren für einen Monat, soweit ich weiß. Vier Wochen am Stück. Und jede Woche gab's dann wieder neue Items. Und Twitch-Drops manipulieren natürlich diese Twitch-Zahlen in die Höhe. Season 1 war natürlich noch extrem hoch, weil da alle einfach große Erwartungen hatten. Und da sieht man, wie schädlich das für das Spiel war, dass Season 1 diese Erwartungen nicht erfüllt hat. Denn da waren noch so viele Leute da und dann war die so schlecht und dann sind die alle nicht mehr wiedergekommen. Selbst zu Season 2 nicht, wo schon auch wieder coole Sachen eingeführt wurden. Und zu Season 4 war dann trotzdem auch nur ein Teil wieder da. Also die meisten haben sich nach Season 1 gedacht, ich warte aufs Add-on. Und das ist heftig, wenn man das hier so sieht. Da hat Blizzard einfach total verkackt mit dieser Season. Das ist nicht, wo du sein willst, als der Mainstream-Platzhirsch im Vergleich zum hardcoreigen Underdog. Erst recht, wenn man am Release-Wert sieht, was für einen Berg, ein Olymp an Potenzial Diablo als Marke hat. Aber Season 4 brachte dann beide Kurven wieder nach oben. Nun muss man das einordnen, das ist jetzt kein bahnbrechender, ausbrechender Erfolg. Es ist grob wieder auf dem Level von Season 2. Genau, hier sehen wir das jetzt. Also bei Twitch, das ist oben, ist Season 4 auf demselben Niveau wie Season 2. Und das liegt an den Twitch-Drops von Season 2, sonst wäre es Season 4 deutlich höher. Also beziehungsweise Season 2 wäre deutlich niedriger und Season 4 wäre genauso hoch wie jetzt. Und unten sind ja die Google-Trends und dort gibt es natürlich keine Twitch-Drops. Und da sehen wir schon, dass Season 4 deutlich höher ist als Season 2. Aber natürlich immer noch nichts im Vergleich zu Season 1 oder Launch. Aber trotzdem, wenn man jetzt da bei Season 2-Peak mal eine waagerechte Linie rüberziehen würde, würde man sehen, dass Season 4 da deutlich drüber ist, prozentual. ...so auf einem guten Weg. Wir erinnern uns, woran das alles ursprünglich lag. Diablo 4 machte zum Release echt viel Spaß. Es hatte eine coole Kampagne, eine coole Welt, starkes Kampfgefühl, viele Stärken. Aber je länger man spielte, desto mehr kristallisierten sich zwei grundlegende langfristige Probleme raus. Es gab schon so grob nach Level 75 a. nicht mehr viel zu tun und b. auch wenig Sinn noch groß was zu tun. Weil man kaum noch Ziele hatte, auf die man hinarbeiten wollte. Ab! Das ist wirklich komplett die Zusammenfassung, was eigentlich nicht gestimmt hat. Es gab einfach nichts zu tun. Und das Problem ist, was er auch gerade meinte, das hat man erst gemerkt, wenn man viel gespielt hat. Deswegen waren die Tests auch damals alle extrem gut. Und man kann das nicht mal irgendwem übel nehmen. Also GameStar, Game2, was auch immer, alle haben das richtig, richtig gut bewertet. Ich selbst ja auch nach der Beta, weil es da nun mal wirklich Spaß gemacht hat, diese ersten 50 Stunden. Bei manchen auch die ersten 100. Und erst hinten raus hat man diese ganzen Schwachstellen gemerkt. Da hat man eben gemerkt, dass das einfach nicht fertig war, das Spiel. Und sie aber erwartet haben, dass das vielleicht ausreicht. Man hat eben nicht ausgereicht und das konnten sie dann nicht rechtzeitig fixen. Das ist eigentlich dann erst wirklich in Season 4 angegangen worden, das Problem. Aber auch schon davor wurde das Spiel immer nerviger, eigentlich mit jedem neuen Charakter, den man gelevelt hat, wenn man sich jedes Mal neu mit dem Item-System auseinandersetzen musste, das sich mit so viel Müll zugeschüttet hat. Also zog Blizzard mit Season 4 die Notbremse und verpasste dem Spiel eine Radikalkur, die tatsächlich funktioniert hat. Es gibt jetzt deutlich mehr zu tun. Die Grube ist eine Late-Game-Mechanik, die für ihre höchsten Stufen starke Charaktere fordert und uns dann gleichzeitig Materialien gibt, um sie durch Item-Masterworking noch weiter zu verbessern. Ich muss auch nochmal sagen, die Grube ist ein voller Erfolg für mich. Also ich habe immer noch Bock auf Grube, auch wenn man da jetzt nur diese Matz am Ende rausbekommt und ein paar Items, aber Grube macht einfach vom Gameplay Spaß, weil man einfach dort, weil keine Items droppen. Du gehst einfach durch und Monster-Metzeln steht im Fokus, das war das einzig Gute auch bei dem Schlachthaus von Sier im Dezember, dass keine Items droppen. Und dadurch kannst du halt wirklich dieses Gameplay wunderbar genießen und deswegen bin ich immer noch auch ein großer Fan von der Grube, auch wenn sie aus Diablo 3 geklaut ist. Aber es macht auch viel mehr Spaß, unseren Charakter darauf vorzubereiten. Wir werden mit deutlich weniger Müll-Items zugeschüttet. Es gibt deutlich weniger Schaden am Dienstag, wenn der Mond im Zenit steht. Das Tempering gibt uns coole neue Optionen, unsere Items mit weiteren Affixen dann zu verbessern. Und der Codex speichert jetzt unsere legendären Eigenschaften in der besten gefundenen Version, sodass wir die einzeln als Items rumschieben müssen. Ach Leute, der Codex, der neue Codex ist auch einfach nochmal, muss man nochmal sagen, ist einfach nice so. Warum nicht gleich so? Aber egal, Hauptsache es ist jetzt so wie es ist. Also viel weniger nervige Hürden zwischen uns und dem, was Diablo cool macht, dem Item und Charakter basteln. Außerdem gibt es einfach mehr spaßige Aktivitäten. Höllenfluten sind fast dauerhaft aktiv und ballern uns mit Monstern und Belohnungen nur so zu. Die Grube dagegen ist eine neue Version der Rifts. Einfach schnell durchmetzeln und am Ende einen Boss legen. Mir hat Season 4 wieder richtig Laune gemacht. Die Kernstärken von Diablo, vor allem das tolle Kampfgefühl, kann wieder mehr glänzen und es steht weniger zwischen uns und diesem Spielspaß. Wie kann es also sein, dass... Ja, auch nochmal zu den Stärken, dieses Spielgefühl, das finde ich schön, dass er das auch sagt, weil das bei mir auch immer eins der Hauptargumente ist. Also ich finde in Diablo 4, jetzt im Vergleich mal zu den Konkurrenten, das Spielgefühl immer noch mit Abstand am besten. Also einfach nur, wenn man einen fertigen Bild dann hat und loszieht und Monster tötet, wie sich das spielt, wie flüssig und wie sich das anfühlt, finde ich es immer noch aktuell der Platz 1 in der Szene. Was ja auch so sein sollte, weil die nun mal so viel Budget haben, wäre ja traurig, wenn nicht. Aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen, dass das halt geil ist und jetzt muss eben alles drumherum, dann das Gerüst muss alles auch noch richtig passen, damit eben das Spielgefühl alleine, das kann ja einen nicht lange tragen, also nicht hunderte Stunden, sondern damit eben das Itemsystem und Co. einen dann die anderen hundert Stunden tragen kann. ... Season 5 im PTA so schlecht war. Mal abgesehen von dem Running Gag, dass die ungeraten Seasons in Diablo 4 anscheinend einfach aus Prinzip problematisch sind. Ich glaube, Diablo 4 leidet immer noch unter ein paar strukturellen Problemen und die werden langsam besser, aber es wird noch dauern, bis sie wirklich gelöst sind. Nummer 1, massiver Stress. Inzwischen ist ja klar, dass Diablo 4 zu früh erschienen ist. Wir wissen auch schon aus der Washington Post, dass da vor Release viel gecruncht wurde, um das überhaupt möglich zu machen. Und damit hatte Diablo 4 ein Problem, das wir schon oft gesehen haben bei Service Games, die zu früh erschienen sind. Die Entwickler werden aufgerieben zwischen dem fixen, grundlegender Probleme und dem Erstellen neuer Inhalte. Sie müssten sich eigentlich auf neue Sachen konzentrieren, um die Season-Mühle weiter malen zu lassen, sind aber extrem eingespannt damit, nochmal grundlegend alle Sachen durchzugehen und zu verbessern. Immer wieder wirkten deswegen neue Inhalte und Updates, selbst die guten, als wären sie noch nicht perfekt feinpoliert erschienen und hätten vielleicht noch etwas mehr Tests gebraucht und mussten deswegen dann live nachgepatcht werden. Ja, das mit Entwicklern ist super schwierig, das Thema, weil ich immer wieder hin- und hergerissen bin, woran liegt sie jetzt? Also ich kann ja nicht bei Blizzard reinschauen und auf jeden Fall merkt man, die sind, wie Maurice sagt, die haben keine Zeit, weil alles in der erstbesten Version rausgefeuert wird, egal wie schlecht die ist, einfach raus, wie dieser Season 5 PTR. Und ich bin jetzt auch noch gar nicht der Meinung, dass Season 5 schlecht wird, sondern der PTR war eben extrem schlecht, weil der in so einer schlechten Version war mit so viel Bugs und vielleicht wird Season 5 dann trotzdem gut, wenn sie dann wieder alle Sachen gefixt haben. Aber man merkt einfach so sehr, dass die keine Zeit haben, die Devs. Und dazu kommt dann vielleicht durch den Zeitmangel, dass sie eben schlechte Arbeit verursachen. Also ich würde sagen, nicht nur die Manager sind schuld. Ich glaube irgendwie, alles zusammen ist schuld. Also die ganzen Bugs, die wir drin haben im Spiel, kommen natürlich auch durch schlechte Entwicklungsleistung. Vielleicht, weil viele Devs gar nicht mehr miteinander kommunizieren und alle aber an demselben Spiel arbeiten, ohne zu wissen, was der andere tut. So kommen nämlich Bugs zustande. Das war dann eher wieder ein Managementproblem. Und dass generell zu wenig Devs da sind und die dann viel zu viel arbeiten müssen und das gar nicht schaffen, das liegt nicht an den Devs, das ist dann auch ein Managementproblem. Aber ich glaube, dass da ganz viele Faktoren einfach eine Rolle spielen. In dem Talk mit Jesse hat Jesse ja auch gemeint, dass er wieder Devs auf Twitter gefolgt ist, die jetzt auch wieder das Diablo 4 Entwicklerteam verlassen mussten. Ich hatte das jetzt nicht mitbekommen, aber Jesse hat das gemeint. Also da scheinen auch eben viele Leute immer mal wieder zu gehen dann. Vielleicht werden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Devs gefeuert werden, weil die ja Entwickler suchen. Aber vielleicht, weil es denen zu dumm ist oder zu stressig, dass sie dann dort weiterarbeiten. Also, tja, da bin ich gespannt, wie es Addon wird. Vielleicht haben sie auch 90 Prozent der Ressourcen ins Addon fokussiert und die ganzen Seasons mussten dann wirklich nur von ein paar Leuten gemacht werden. Und dann wird das Addon vielleicht wieder ein richtiger Kracher, wo alles auch funktioniert. Aber trotzdem wird das schwierig, weil die Leute, die das Addon bauen, müssen ja trotzdem mit der Basis vom Spiel arbeiten. Und wenn diese paar Devs, die für die Seasons verantwortlich waren, in diese Basisversion immer mehr Bugs reinbringen, dann werden die auch im Addon sein. Also es wird brutal schwierig, dann irgendwann mal wieder ein gesundes Spiel zu haben, wo diese ganzen Bugs gefixt sind. Ja, mach ich mir ein bisschen Sorgen. Deswegen ist es gut, dass Blizzard wieder Test-Server macht. Wie gesagt, es gibt gute Schritte in die richtige Richtung. Aber wenn das Team zu ausgelastet ist, um den Test-Server von Season 5 in einem Zustand bereitzustellen, wo Testen zumindest Sinn ergibt, dann kriegst du eben Ragequid-Riker. Und damit ist auch niemandem geholfen. Es waren durch alle Profis einig, dass dieser Test-Server einfach in einem zu maroden Zustand war, dass man überhaupt wirklich sinnvolles Feedback zu Builds und so weiter geben konnte. Aber immerhin steht die Wand hier. Also ich finde, das Bild hier ist sogar noch zu schön für den PTR. ...verpackt war, noch nicht da war, nicht funktioniert hat oder auch einfach nicht gut war. Und man merkt auch, dass Blizzard unter Druck steht, effizient zu arbeiten bei all dem. Grubenbosse sind neue Inhalte, ja. Aber es sind halt bekannte Bosse, recycelt, die andere bekannte Bosse als Geister für Zusatzangriffe beschwören. Was jetzt nicht der coolste neue Inhalt ist. Die sind okay, aber komplett neue Bosse, komplett einzigartige, für die wohl keine Zeit oder keine Ressourcen da waren, wären schon noch mal spannender gewesen. Ich glaube, bei der Grube ist es jetzt nicht so schlimm, auch wenn er, also er hat recht, aber es ist nur nicht so schlimm, will ich sagen, weil die alten Bosse, die wir kannten, die waren ja nur in Albtraum-Dungeons zu finden und die Grube ersetzt ja so ein bisschen die Albtraum-Dungeons. Also wir sind ja kaum noch in Albtraum-Dungeons, nur um die Glyphen kurz zu maxen und dann gehen wir da nie wieder hin. Und deswegen wären die alten Bosse dann verschwendet und deswegen finde ich es okay, dass die in der Grube wieder vorkommen. Aber generell hat er recht, dass halt alles immer wieder recycelt wird, weil die halt keine Kapazitäten für Neues haben. Aber dafür ist dann das Add-on. Das finde ich jetzt erstmal während der Seasons nicht weiter wild. Problem Nummer zwei. Diablo 4 wirkt wie eine Operation am offenen Herzen. Man merkt dem Spiel an, dass es gerade stückweise generalüberholt wird. Heißt zum einen, du merkst den Unterschied gravierend zwischen Mechaniken, die schon in ihrer deutlich besseren Version 2.0 sind, wie Items und Heldheits. Und denen, die im Vergleich veraltet wirken, weil sie vielleicht schon auch ein bisschen überarbeitet wurden, aber noch nicht so tief oder auch gar nicht. Wie Paragon-Bretter und Albtraum-Dungeons, die man irgendwie mehr aus Pflicht macht, weil man braucht sie halt noch für die Glyphen. Aber irgendwie ist das jetzt auch alles nicht so spannend und eigentlich hätte ich mehr Bock auf Heldheits oder Grube gerade. Und zweitens knarrt das auch immer wieder im Gesamtbild. Zum Beispiel bei der Balance. Die Weltstufen-Mechanik wirkte in Season 4 immer überflüssiger, weil wir so stark waren, dass wir gerne mal 20 oder 30 Level früher als gedacht die Stufenbosse plappwalzen konnten. Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich gut. Wie nennt man das? Die Metapher mit Operation am offenen Herzen. Ich weiß nicht, ob das eine Metapher ist oder wie man das nennt. Ich habe im Deutschunterricht nicht so aufgepasst. Aber das fand ich sehr, sehr gut, den Vergleich, weil man das wirklich krass merkt. Also sie ändern quasi an einer Stelle was und das beeinflusst dann wieder drei andere Stellen, für die sie dann aber keine Zeit haben. Und dann erstmal, einfach, die ändern erstmal was und gucken dann, was passiert und schauen dann in der Season darauf, dass sie dann anfangen da nach und nach alles zu fixen, weil sie wie immer keine Zeit haben, vorher alles zu bedenken. Also ein Beispiel. Sie haben jetzt das Tampering eingeführt. Die Zahlen vom Tampering sind so hoch, dass dadurch die meisten alten Unique Items überflüssig werden. Jetzt müssen sie aber in Season 5 dann alle Uniques überarbeiten. Das sind immer so die Folgen. Oder eben, wie Maurice sagte, Paragonbaum ist auch inzwischen, wenn man einfach nur die Zahlen betrachtet, komplett veraltet, wenn man das dann mit Tampering vergleicht. Also das sind eben viele Sachen, die dann einfach nicht mehr richtig passen. Und Balancing ist natürlich das Hauptproblem. Und vor allem, wie auch sagt die Weltstufen, dass wir in Season 4, für die, die vielleicht nicht gespielt haben, mit Level 30 in Weltstufe 3 gehen können. Und theoretisch, wenn wir genug Items dann haben, schon, vielleicht mit einem Zweitschar oder theoretisch ist es auch im ersten möglich, mit Level 40 nach Weltstufe 4 gehen können. Das ist, das passt alles nicht mehr. Also Weltstufe 3 wird teilweise komplett übersprungen. Also ich hatte es dann mit meinem vierten Char sogar so, dass ich nach Weltstufe 3 bin und sofort dann nach Weltstufe 4 bin. Also ich habe die Übersprung einfach, die Weltstufe. Das fühlt sich irgendwie nicht mehr richtig an, weil wir jetzt so schnell leveln und es so leicht wird durchs Tampering. Das Tampering, weil man das quasi auch schon mit Level 20 auf alle Items kloppen kann und die Rezepte aber da schon einfach sehr sehr hoch sind, selbst wenn es nur magische Rezepte sind. Also da passt einfach irgendwas nicht mehr. Trotzdem macht es Spaß, aber man merkt eben, das ursprüngliche System ergibt keinen Sinn mehr. Trotzdem macht es jetzt aktuell so, wie es ist, Spaß. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Weltbosse konnten kaum ihre Erscheinen-Animationen abspielen, bevor sie erledigt wurden. Oh. Was war das denn? Das zumindest wird für Season 5 jetzt angegangen und die... Weltbosse werden angegangen, aber Weltbosse werden immer kacke bleiben. Es ist unmöglich, Weltbosse zu balancen. Und warum? Weil Weltstufe 4 so ein breites Spektrum hat an Stärke von Charakteren. Denn wenn die Season startet und wir alle in Weltstufe 4 ankommen, dann machen wir alle keinen Schaden. Und wenn dann aber die Weltbosse jetzt gebalanced werden in Season 5, wird das so sein, dass niemand den legen kann in dem Moment, wo er nach Weltstufe 4 kommt. Erst wenn dann die ersten Leute ihre Endgame-Bills fertig haben, wo die Schadenswerte dann im Milliardenbereich wieder liegen, erst dann werden dann die Weltbosse jetzt in dem neuen Patch, weil die dann... Ich glaube, die bekommen nur noch ein Zehnel des Schadens. Erst dann werden die dann schnell sterben. Es ist also unmöglich, die wirklich zu balancen, weil der Schaden, ja, der geht von einer Million bis zu einer Milliarde. Oder er geht von 100.000 bis eine Milliarde in Weltstufe 4. Und wie will man jemals die balancen? Entweder sind sie dann zu stark für die, die gerade ankommen, oder sie sind zu schwach für die, die im Endgame sind. Also ich sehe nicht, dass das jemals zufriedenstellend gelöst wird mit den Weltenbossen. Die Klassenbalance war und ist alles andere als ausgewogen und bleibt durchwachsen. Grubenbosse waren anfangs selbst für Profis wie Rob. Frustrierend. Diese Probleme nerven, aber sie sind ehrlich gesagt irgendwo auch verständlich. Wie gesagt, da ist ein Team gerade unter großem Druck und man merkt, dass sie ihr Bestes tun. Das Spiel bewegt sich ja in die richtige Richtung. Es wurden viele gute Änderungen gemacht. Aber die groben Bosse führen mich zu noch Problem Nummer 3, einem tiefergehenden. Und das sind, wie ich finde, falsche Designprinzipien. Zumindest an manchen Punkten. Jetzt wird's spannend. Damit meine ich vor allem 2. Blizzard geht, finde ich, das Design von ausgefallenen Spielmechaniken falsch an. Der neue Roguelike-Horden-Modus zeigt das sehr stark. Wie cool könnte das sein, wenn wir coole Boni hätten? Stellt euch mal vor, eine Art Mini-Hades in Diablo, wo du zwischen jeder Welle coole bildveränderte Optionen wählst, die wirklich dein Spielerlebnis verändern. Wessen sind die Boni so langweilige Upgrades für Ressourcen sammeln oder sowas, dass sich alle einig waren? Das macht kaum Spaß. Ja, ich hab ja die Arena erst am dritten Tag des PTRs überhaupt mal gemacht, weil ich am Anfang schon gehört hab, wie schlecht die ist. Mir ist das Gesicht fast eingeschlafen, als ich die Boni da gelesen hab. Also sie haben das ja schon mit den Boni, mit den Boons und Banes haben sie das genannt. Ist ja auch von Last Epoch natürlich so gewesen oder wo auch immer her, aber es gibt's auch so ein Last Epoch. Deswegen wollte ich das erwähnen und dort war es aber viel besser. Da war es dann so, dass die Monster über 100% mehr Schaden machen, aber auch die Belohnung richtig doll steigt oder eben, wenn das zu heftig für dich ist, konntest du halt so eine Art Niete nehmen, wo die fast gleich geblieben sind. Und da waren die aber auch schon nicht kreativ, die Eigenschaften. Und trotzdem waren sie besser, weil sie einen spürbaren Unterschied gemacht haben. Theoretisch könnte man aber auch sehr kreative Eigenschaften hier einbauen. Da merke ich aber nix von. Die einzige, die ich geil finde, ist der Butcher. Dieser Burning Butcher, der dann auf einmal kommt. Sowas in die Richtung finde ich geil. Also da kommt wirklich auf einmal eine super Version vom Butcher, wenn du diesen Bonus auswählst. Und das hat richtig Bock gemacht. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und in die Richtung sollte es mehr gehen. Und wir kennen dieses Problem, denn wir hatten das schon bei Albtraum Dungeon Modifyern. Da hat sich Blizzard kaum spannende, wirklich weltbewegende Modifier getraut. Meist waren sie entweder nervig oder egal. Dabei könnte es so schön sein. Ich mag diesen Ansatz, das Spielerlebnis mit Modifyern zu verändern. Aber Blizzard hat da bislang keinen Weg gefunden, das wirklich cool umzusetzen. Außerdem halten... Deswegen sind auch... Deswegen macht die Grube auch so viel Spaß, weil da keine Modifier sind. Keine nervigen Modifier, keine nervigen Quests und keine nervigen Items, die droppen. Ja, man nimmt einfach alles nervige weg und schon macht es auf einmal wieder Spaß. Sie sehr stur, wie ich finde, an blinden, frustrierenden Zufallsmechaniken fest. Und ich verstehe das. Man darf die beste Ausrüstung nicht zu leicht erreichbar machen, sonst haben die Hardcore Grinder zu schnell alles verdient. Aber all dein Gold beim Rerollen eines einzigen Affixes zu verlieren, macht halt einfach keinen Spaß. Das hat mich auch gewundert. Die haben ja extra gesagt, die Goldkosten vom Verzaubern gehen runter und werden limitiert an einem Punkt, wo sie dann nicht mehr steigen können. Aber der Wert, wo die limitiert werden, ist immer noch viel zu hoch. Denn, ganz ehrlich, so viel Gold bekommt man nicht. Wenn man nicht handelt, ich habe da ja ein Video drüber gemacht, mein letztes war das, glaube ich, sogar. Wenn man nicht gerade handelt und nur das Gold bekommt, was man im Spiel farmen kann, dann ist das Verzaubern viel zu teuer. Denn das ist bei normalen Items bei dreieinhalb Millionen limitiert. Bei Amuletten ist es dann bei 5,3 Millionen pro Roll, was immer noch viel zu hoch ist, gerade weil man auf Amuletten sowieso nie die Plus-Skills bekommt. Also da müssten aus meiner Sicht die Goldkosten noch weiter sinken fürs Verzaubern, weil das so überhaupt nicht im Verhältnis steht zu den Goldmengen, die man sich farmen kann. Genauso wenig wie das Tempering, wo mehrere Eigenschaften in einem Handbuch stehen und du dann nur eine davon gebrauchen kannst, weil die Handbücher teils sehr vage thematisch zusammengewürfelt wurden. Das ist irgendwie das Bewegungshandbuch, deswegen vereint es mehrere Bewegungsskills, von denen du vielleicht nur einen benutzt. Ich gehe mit mit dem, was er sagt. Das war ja meine Hauptkritik. Das Beispiel, was er jetzt gewählt hat, fand ich nicht ganz so treffend, weil das Bewegungshandbuch sogar, finde ich, ganz gut ist, weil du da eben mehr als eine Option hast. Beispiel, du hast Ansturm, willst jetzt die Abklingzeit für Ansturm treffen, aber du hast auch auf dem Handbuch Bewegungstempo, was du auch mitnimmst. Also das ist ein Handbuch, wo eigentlich das halbwegs passt. Aber es gibt eben, heißt das überhaupt Handbuch? Es gibt eben Rezepte, wo wirklich Sachen drin sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber da wurden jetzt für Season 5 schon ganz viele gefixt. Ich sage nur Meuchelfinesse bei der Jägerin, da hast du drei Eigenschaften, die nur für Meuchelfertigkeiten sind und dann aber Schaden gegen verwundbare Gegner, was da überhaupt nicht reinpasst thematisch, aber was du eben brauchst für Präzisionsbilds. Das hat da überhaupt keinen Sinn ergeben und das haben sie jetzt aber schon bei vielen Rezepten angefangen, wieder in neue Rezepte zu verschieben. Da, wo es hingehört. Deswegen würde ich sagen, wenn das jetzt noch so vielleicht zum Addon, dass das mit den Rezepten dann richtig gut ist. Ich denke zu Season 5 gibt es immer noch ein paar Ausreißer. Gerade beim Druiden gibt es noch einige Rezepte, die komisch sind, aber in den Patch Notes wurden meine Hauptprobleme bei den Rezepten alle schon überarbeitet. Vielleicht kommen aber auch wieder neue problematische dazu. Und dann scheiterst du am Zufallsgenerator, weil du mehrfach hintereinander nicht das erwickst für den Effekt bekommst, den du haben willst. Das ist kein tolles Design, finde ich. Das ist jetzt schon mehrfach passiert. Da wird auch nur in Details dran geschraubt. Das geht, finde ich, besser. Trotzdem, wie gesagt, Diablo 4 ist auf einem guten Weg. Ich hatte mit Sie... Ja, Härtung, nur nochmal zusammengefasst. Ich finde die zwei groben Änderungen für Season 5 schon mal gut. Ein Greater Affix erhöht es, die Versuche immer um eins. Das heißt, ein 3 Greater Affix Item hat dann acht Bonusversuche und die zwei zusätzlichen zusätzlichen am Anfang, die kostenlosen. Dann werden die Rezepte überarbeitet, wodurch du zum Beispiel nicht mehr dieses nervige Herzsucher Rezept mit fünf Eigenschaften hast, sondern nur noch drei Eigenschaften. Also die beiden Sachen kombiniert werden wirklich einen riesen Unterschied machen. Und jetzt müsste man noch dazu machen, dass man sich seine Eigenschaften, die man drauf hat, dass man die behalten kann, wenn man neu rollt und noch ein seltenes Item einführen, womit man die komplett resetten kann, die Items. Was auch vielleicht irgendwo dann droppen kann. Das ist eigentlich schon immer das Feedback von mir seit PTR, beziehungsweise seit Anfang von Season 4. Und dann finde ich, ist Tampering so wie es ist, gut. Aber das Wichtigste sind eben, dass die Rezepte sinnig sind und nicht irgendwie sechs Eigenschaften haben. Und da gab es was beim Droiden, wo dann irgendwie drei Werwolf-Fertigkeiten sind, eine allgemeine Fertigkeit und noch zwei andere, die gar nichts damit zu tun haben. Da gab es wirklich ganz komische Rezepte und die machen es vor allem kaputt, dieses ganze System. ...System 4, obwohl man das Knarzen noch an verschiedenen Stellen merkte, echt viel Spaß. Und ich drücke die Daumen, dass es so weitergeht. Aber es muss sich auch noch einiges tun. Ob es das tun wird, kann ich euch hoffentlich bald berichten, zumindest mit etwas mehr Infos. Denn dieses Video existiert in einer interessanten Zeitblase. Ich nehme es gerade auf, bevor ich aufbreche zu Blizzard, um dort in deren Büros die neue Erweiterung Bessel of Hatred und die neue Klasse zu spielen. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich das schon getan, darf es euch aber noch nicht erzählen. Das werde ich dann in einem Stream und einem Video am 18. Juli machen. Ich wurde auch eingeladen. Ich bin nicht nach Amerika geflogen. Ich habe ja gerade Sommerpause. Aber auch unter anderem, weil das diese Reise dafür, dass ich ein paar Stunden dann die neue Klasse spielen kann, die war es mir nicht wert, wenn wir dann eh erst am 18. drüber reden dürfen. Dort ist der Campfire-Stream, da sehen wir sowieso alles über die Klasse. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann gucke ich mir das einfach alles entspannt an, was dann in einem Campfire drin sein wird. Und dann kann ich wenigstens auch meine ehrliche Meinung abgeben und fühle mich nicht genötigt, das jetzt irgendwie schön zu reden, weil ich von Blizzard bezahlt wurde. Aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, sondern ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich gebe es zu. So, weiter. Also abonniert diesen Kanal und folgt vielleicht auch schon mal Maurice Weber auf Twitch, wenn ihr bereit sein wollt für die maximale Ladung Diablo. Folgt ihm auf Twitch. Los! Infos. Und wenn ihr mich vielleicht dabei unterstützen wollt, diesen Kanal weiter zu gestalten und zu verbessern, ich suche Thumbnail-Artists. Meldet euch bei dieser Mail-Adresse thumbnails at flow-fwd.de. Wenn ihr es besser könnt als ich, ganz ehrlich, so schwer ist das nicht. Und schickt mir ein paar Arbeitsproben. Ich freue mich darauf. Dann melden wir uns bei euch. Und ansonsten sage ich viel Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ich danke Maurice für dieses geile Video. Also ich bin sehr, sehr bei ihm mit dem Video gewesen. Also habe ich überhaupt ihm irgendwo mal widersprochen? Ich glaube nicht. Also das Video war richtig geil, muss ich sagen. Hat sehr auf den Punkt getroffen. Ich freue mich natürlich, dass er Season 4 auch gut findet und wieder, ich glaube, es hat auch mal getweetet, dass Diablo 4 ihn wieder hat, dass es ihm wieder Spaß macht. Das finde ich sehr, sehr cool, weil ich ja, ich habe ja auch Interesse an dem Erfolg von dem Spiel. Ist ja klar, mein Kanal ist Vitablo. Also mehr muss ich dazu ja nicht sagen. Und da freue ich mich dann, dass Leute wie Maurice auch wieder Spaß haben an dem Spiel. Aber diese ganzen Probleme, die er angesprochen hat, sind halt wirklich einfach immer noch da und immer noch sehr gravierend. Und ich drücke den Devs die Daumen, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen. Ich hoffe eben nicht, dass die die ganze Zeit crunchen müssen, um dann am Ende noch von uns die ganze Zeit beleidigt zu werden. Also ich beleidige die Devs nicht. Keine Angst. Aber auf Reddit wird natürlich immer schön beleidigt. Also die Devs werden quasi, die haben keine Zeit, müssen schnell Ergebnisse liefern, werden dann beleidigt, weil es kacke ist. Das muss eben auch wirklich richtig mies sein, dort zu arbeiten. Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Vor allem die Devs, die dann auch noch in den Campfire-Streams ihre Gesichter zeigen müssen, um dann, also die sich dann der Community stellen müssen. Die kriegen dann alles natürlich besonders ab. Das ist dann immer wieder für mich sehr traurig anzuschauen. Deswegen wünsche ich mir eben auch, dass einfach alles gut wird. Und der Season 5 PTR war dann leider wieder so eine Enttäuschung. Und ich verstehe nicht, warum das immer die ganze Zeit seit Release auf und ab geht. Wirklich die ganze Zeit. Nach jeder guten Sache kommt wieder eine Sache, die unendlich schlecht ist. Und ich verstehe nicht. Ich habe das Gefühl inzwischen, dass es Absicht ist, damit wir emotional die ganze Zeit hoch und runter gehen. Vielleicht bringt denen das ja was. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich bin inzwischen ratlos. Aber super Video. Ich gebe einen Daumen nach oben. Und unter dem Video habe ich es nochmal verlinkt. Da könnt ihr nochmal die Kommentare lesen. Unterm Video. Und damit melde ich mich ab. Und wir sehen uns dann zum 18. Da werde ich dann über die neue Klasse berichten. Und ich weiß aber aktuell noch gar nichts. Also ich werde, auch wie ihr, dann in dem Campfire-Stream das erste Mal informiert werden, was da so, was diese Klasse so beinhaltet. So, macht's gut. bis zum nächsten Mal. Philippa Musik Untertitelung des ZDF, 2020